Neun Tage, neun Nächten Hmm Hmm Sonst irgendwelche Zahlen? Ich versteh jetzt grad nicht, was er von mir will Nächte, wie ich schon die Freiheit brächte Ich muss nicht beugen, wie Zahlen können es bezeugen? Also neun war es nicht, hä? Ich steh grad auf Schlauch, glaub ich mal wieder Hmm Hmm Hab ich irgendwas übersehen? Offen gestanden, war noch nie über alles Talent, Kopf überlegen Hmm, aber die Inschrift kann er von hinten lesen, ganz toll Pfff Okay, ich steh jetzt grad irgendwie auf dem Schlauch Mal wieder, schön Wochen Tage, Wochen Nächte Ich beugen die Zahlen können es bezeugen Hä? Äh Äh, muss ich das irgendwie zusammensetzen? Ah So schön ist das geschrieben Hm Ein Geist empfänglich und offen Breite die Arme, das andere hoffen Sein Herz zu verschließen, vergiss dabei nicht Doch wahre, anders als das gleiche nicht Hebel sitzt fest Kannst du uns blinken doch etwas? Ja, du brauchst uns wieder einen Schritt zurückzuhalten Mhm Äh, ja, ne Hm Äh Herz zu verschließen Herz zu verschließen Ja, aber ich kann nichts machen Ich rätsel hasse, ne Ganz verboten Ist hier noch irgendwas? Ne, ne Ah Seid an der Angelegenen Schrift habe Der Hebel ist jetzt Ach, ich Vollpfosten Überseh ich einfach mal Ähm Halt den Geist empfänglich und offen Breite die Arme, lass andere hoffen Dein Herz zu verschließen, vergiss dabei nicht Doch wahre, anders als das gleiche nicht Breite die Arme Oh Gott Offen? Dein Herz zu verschließen, vergiss dabei nicht Ähm Ich versuch mal so Ah Da wird weise Kleinigkeit gelöst Huuuuee Bin ich gut heute, bin voll krass drauf Ha, keine Chance Mein überragendes Genie Hat noch niemand eine Chance Treppe über Treppen damit wir nicht gleich ein Stück höher landen können. Können wir nicht besen, wir können von Glück sagen, wir hoffen, wir entdeckt hier reingekommen zu sein. Außer man hat das ganze bestimmt gefühlt, wir haben schon die Hälfte geschafft. Gute Annahme lege ich auf die berüchtige Weiblinie der Ton oder auch handfest überlege. Genau, schon mal so zum Quengeln, Herr Professor. Aber nicht fährt es mit Nichten. Ja, Frauen sind böse. So, und wenn dann hier schon die Hälfte ist, gehen wir natürlich erst mal in die andere Richtung. Das nächste Mal landen wir direkt beim großen Würfel. Unstaublich der Niederschlagswahrscheinlichkeit, Kanal 0, einzelne Böen, tagsüber meistens heiter. Morgen ändert sich das Wetter, aber das bleibt, wie es ist. Gut. Indem wir das mal festgestellt haben, guckt euch mal an, damit ich vorbei kann. Ha, das reimt sich. Nein, ich werde jetzt nicht anfangen, noch irgendwelche Reime zu produzieren. Das endet nur wieder in einer bösen Katastrophe. Hm, natürlich. Hm. Naja. Ach so, die gucken sich. Ha, alles klar. Ich hab euch auch ganz doll lieb. Nicht. Nicht, das war's auch nicht. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, oder ich hau's einfach um, ne? Dann müsste auch irgendwann demnächst mal die Heilmöglichkeit kommen. Hm. Ach, scheiß drauf. Ja, ja. Kennen wir schon. Schätzen sie trotzdem mal ein. Und dann hauen wir gleich mal eine Gruppenheilung 3 raus. Einfach so aus Prinzip. Und ein flammendes Inferno. Trifft mir die scheiß Stadt einfach an. Ja, 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 ja. Das würde ordentlich heilen. Oh, ist geschockt. Das ist schon mal gut. Ah, ja. Heilung 3. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Verstummt. Ist geschockt. Mh. Ach ja. Richtig. Hab dich auch lieb. Mh. Das ist super effizient. Überhaupt nicht. Ah. Ich hab mal 3 wert. Sehr gut. Ja, halt. ist dann mal tot, ne? Aber was soll's? Ich hab ein Scheidholzer. So, Unmacht beenden, drei. So. Ist geschockt, ist geschockt. Ha. Das ist schockierend, wie wir nicht die Wachen drauf haben. Ha, ha. Ja, war schlecht, ich weiß. So, na, so langsam wird es doch. Bisschen Erfahrung mitnehmen. Durch zusammen. Kein Risiko eingehen. Moment, ich hab ja noch Faustschlag zwei. Da, wo wir hin. Erstmal gucken, wo wir hinwollen, bevor wir hingehen. Voll ins Gesicht. So, vielleicht reicht's noch für, wir haben keinen Alarm mehr. Ist auch schwierig, so ganz ohne Alarmknopf, ne? Oder Arme mit Alarmknopf geben. Das könnte noch, ha? E-Level müsste ich noch bekommen. Als nächstes bin ich einigen. Und wie lege ich den Schalter wieder zurück? Hm. Och, der legt sich von alleine wieder zurück. Oder ist das hier mit abhängig? Ja, cool. Wir müssen später auf jeden Fall nochmal zurück. Was für ein Satz. Das Schalter hat er in sich. Nein! Ja. Ich wünsche, der könnte da rüberspringen. Ein sehr sinnvoller Schalter. Ne, das wird den Kristall mit. Unter dem Kristall da unten. Knifft ein Kristall. Voll wertvoll. So, und ich muss die da drüben einsetzen. Das erklärt einiges. Da erklärt es dir auch das hier. Hm. Mann, ist es einfach hier durchzukommen. Hier fehlen definitiv zwei Milliarden Feinde oder sowas. Und noch ein Kristall. Ach, schön. Dun. So, jetzt haben wir den zweiten hier noch. Und es geht wieder nach oben. Ob ich so ein kleines Wetzel aufhalten könnte. Okay, können wir da zurück. Glaube ich. Denke ich. Gehe ich mal davon aus. Schauen wir einfach mal. Ach ja. Ja, Schalter umlegen. Voll der Mist. Was soll die Lampe sein? Jetzt kann ich da den Schalter umlegen. Bin ich gut. Ich bin so gut. Ah, da war das, oder? Hm. Leere Becken ist nicht viel anzufangen. Ach ja, die steht im Weg. Jetzt haben wir hier noch so. Und auch gleich, dass es mir gelungen ist, ein Destillat zu erzeugen, dass der Weg unserer Nährkürze nicht noch gleichkommt. Ziemlich übertrifft haben die hohen Verordneten des Schlingenbundes es nicht vernünftig befundet, meine Entdeckung auch nur zu erörtern. Eine unerhöhliche Verstocktheit. Ich werde mich dennoch nicht davon abhandeln lassen, an der Leitung. Los jetzt! Ein, zwei, Textein! Verabschluss, ausreiten! Ich bin der Liebster, müssen dringend ein. Ja, täglich, nein, nee, täglich, schnapps. Ich lasse große Aufnahmeverfüllung arbeiten. Schnapps, boah! Sagen die Reiz für das Stimmen. Unsere Leute sind sogar sehr aufnahebereit. Ja. Dankbarkeit für langjährige Mitgliedschaft, die Vereinsbrüder der Loge zur Purpurwolke. Schreckliches Bildnis ist doch hoffentlich nicht das Porträt des Haushalt. Sehen Sie sich lieber mit der nötigen Eile oben. Man will ja nicht stören, falls jemand heimkommt. Nimmst Balsamöl. Mehr ist hier nicht abzugreifen. Und die steht im Weg. Hör auf, fern! Ha! Schwer ist am Blechding! Du führst einmal eine Wasserspender. Unsere Eingabeaufforderung. Brrp! Blue Screen. Äh, gegen was? Ja, ich sollte vielleicht vor ich angreife mal nachschauen, wegen was die schwach ist. Und dann dementsprechend auch angreifen. Ah, Frostbarn ist immer gut meistens. Mhm. Einmal richtig sinnlos geheilt. Sieht doch gut aus. Ach Gott, geht K.O. Jawohl! K.O. Mhm. Hm. Okay. Kur 2. Kommt wieder zu sich. So, dann bitte noch einmal. Ja, ja. Ich hab's denn zwar schon mal irgendwann identifiziert. Wasser, Überraschungen, Klingenwaffen oder Mattacken. Ich hab keine Klinge. Aber ich glaube auch fast, die werd ich nicht brauchen. Pff. Nö. Heilig für unwahrscheinlich. Mhm. Hat sich erledigt. Winter gelernt. So. Und dann kann man jetzt komplett... Wasser entfallen, eine ganz ungewöhnlich heimsame Wirkung. Das füllt alles wieder auf, ne? Jawohl. So. Und nun kann man aufräum gehen. Segen bitte nicht! Was ist jetzt? Oh, wie? Okay, die Wolkenstelle ist beschrebt, sich inmitten in ganz bestimmten Luftschichten zu halten. Vorher natürlich aufwändige Messungen. Hallo, Jungs. Was ist das denn? Ja, greift auf! Vorher die von ich stecken holen und nachher gehen können! Zeit verlieren, ja. Was? Nein, was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich jetzt gemacht? Gott, ich hab Autokampf gemacht. Das ist natürlich das Schlauste, was man machen kann. Was ist überhaupt ein Unterschied, ob die uns sehen oder wir sie? Ich werd's nicht herausfinden. Stampfen. Die Wolkenheilung 3. Äh. Flammen ist in Fernroh was. Oh, ne, doch. Warte, verdammt. Wie's man halt einfach mal merkt, ne? Aber das passt schon. Ha. Schockierend. Mann, sie ist verstummt. Ah ja, ich hoffe auch auf mein Glück. Ha ha ha. Ich bin verloren. Ach ja, richtig. Geht ja nicht. Uh. Glück läuft ja nur normal an. Das hätte sonst ernsthaft problematisch werden können. Ja. Ich hab auch ein Glück heute. Beziehungsweise ein Glück in dem Kampf. Krischer Treffer. Naja. Brauchen wir jetzt alle mehr. Die Sache hat sich gerade erledigt. Und dann müssen wir doch mal zurück. Und alles und jeden Platz machen. Ja, ganz ungewöhnlich. Ganz tolle Heitkraft und so, ne? So. Könnte jetzt einen Moment dauern. Ich will ja Farmsbunde noch. Wahrscheinlich bekäme ich einen Gegenstand, wenn ich's nicht töte, aber... Was braucht ihr noch so? Naja, Monster kriegt's noch, eine Kreatur und Eleanor vielleicht noch. Wie kann... Naja. Blablabla. Schwinger, Schwinger, Stampen. Gruppenheilung 3 und natürlich wieder das Lande ins Anno. Ja, mir egal. Egal, Karl. Haut drauf. Ist geschockt. Ich bin heute so witzig. Ich muss fast schon lachen. Nein. Sie werden nicht besser werden. Verstummt, schläft ein. Ne, leck mich. Guck mal, den Sound. Mal kurz ein bisschen runterdrehen. Hm. Toll. Ich will mal mein Ding so nicht alle verheizen. Heißen macht das mal. Heißen ist, glaube ich, gleich tot. So. Jetzt hab ich wahrscheinlich gleich ein paar Tote. Das finde ich ja wunderbar. So wie zu meinem Glück von eben, ne? Ja, welcher schreckt denn? Wenn sie so verschreckt sind, dann müsste ich doch nochmal als erstes angreifen dürfen, oder? Also, wer hat jetzt die logische Konsequenz daraus? Ach nein, nicht schon wieder verstummt. Ja, ohne Einer, den kann ich das gleich vergessen. Hm. Toll. Das könnte jetzt, wie gesagt, noch einen Moment dauern. Spult doch schon mal 20 Folgen vor. Hm. Wobei, in der anderen haben wir wahrscheinlich einen Alternativweg-Videos. Ich hab sie auch lebt. Ey, leck mich doch. Warum sind die so stark? Ja, komm. Spuck mich nicht an und lassen es kämpfen. Spuck mich nicht an und lassen es kämpfen. Geht doch irgendwelche auf... Och nee, leck mich. Toll. Ah. Na also, sie wacht auf. Jetzt ist einer geschockt. Ah, leck mich. Könnte doch ein bisschen dauern. Lalalala. Ich will die Erfahrungspunkte, verdammt. Kann sich nur um Stunden handeln. Moment, anderes, was... Äh... Flinkheit. Erhöhe die Geschwindigkeit. Minus 9, 30. Toll, ich dachte, wie erhöht die mir? Geschwindigkeit und senkt sie mich. Das war klar, dass das jetzt passieren wird. Gibt es jetzt als erstes an? Nein. Die ist einfach zu langsam. Nur diese Frauen. Hm, na ja. Also, normal angreifen geht es ja noch. So geht das wohl, das ist das gefährliche. Komm schon. Der will aufgeben. Gib auf. Oder greif normal an. Das geht auch noch. Und na also. Damit werden es wieder zwei weniger. Und tschüss. Ding. Ja, man muss das übrigens nicht machen, aber... Es geht hier ums Prinzip, ne? Die zählen uns eh nix mehr interessantes. Äh, was war das? Gegen Schulterramme war das genau. Angreifen. Ich will mal Winter ausprobieren. Habe ich mir besser vorgestellt. Geht K.O. Okay. Dann hat sie der Kampf eh erledigt. Weil... Ey, sie ist vergiftet. Kann man die vergiften? Okay, die Frage hat sie damit auch erledigt. Da war ja nix mehr. Aber diese riesigen goldbesetzten Platten, kann man die nicht mitnehmen? Weil so groß sind die auch wieder nicht. Die werden doch wunderbar in meine Hosentasche passen. Vielleicht nehmen wir eine andere große Sache in meiner Hosentasche. Die Rüstung des Feindes. Nämlich. Habe ich da aufgedrängt. Flutwelle. Das ist auch so eine Sache, die sie nicht machen dürfen. Och doch. Ich habe es überlebt. Überraschenderweise habe ich das irgendwie überlebt. Aber wenn sie es jetzt noch zweimal machen, bin ich tot. Die können es nicht mehr zweimal machen. Ui. Ja, ja. Komm. Du hast dich schon wieder geheilt. Da hast du ein Pflaster. Jetzt hab ich mal euch. Ich bin schockt. Ich bin schockt. Och, herrlich. So muss das laufen. So ist es gut. So machen wir weiter. Ja, komm schon. Ja, ich ziehe es ins Blaise mit Absicht in die Länge. Nur um euch zu ärgern. Oh, weil ich so bösartig bin. Komm, jetzt macht es endlich platt. Dauert noch einen Moment. Vielleicht ist es soweit. Jetzt aber. Na endlich. Naja. War ja nur eine Minute 20. Glückwunsch. Vielleicht eine Minute 30. Hm. Müsste nochmal noch. Drückenheilung 3. Oh, ich bin voll geheilt. Das ist natürlich sehr gut. So, nein, da geht es hier wieder runter. Kam ich nicht von da unten? Was? Äh, ich bin schon voll vorbei, aber egal. Nicht so wichtig. Keine Fragen stellen, weitermachen. Wir haben noch einige Gegner vor uns, dann müssen wir ein bisschen Gas geben. Bei der Endkampf wird auch nochmal unlustig hoch 10. Von daher. Ja. Könnte schwierig werden. Weil vom letzten Mal schon mehrere Anläufe gebraucht. Ist geschockt. Dann wenigstens einer. Ach, naja. Einmal geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Nicht singen. Singen ist böse. Nicht gelb, aber das ist immer gut, im Let's Play zu hören. Naja, komm. Es sterbt endlich. Jetzt vielleicht. Nein, jetzt. Jawoll. Schick. Level 30. Klingt doch gut. Ding. Und da waren wir schon drin. Ding, 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 ding. So, schaffen wir noch eine? Hm. Ja, ja, bla, bla. Ja, keine Zeit verlieren, dann. Erzähl mir das ein Witz zu euch, Mensch. Aber eine müssten wir noch schaffen, denke ich mal. Wenn die uns nicht vorher schafft. So, zum Beispiel. Das ist jetzt ganz schlecht. Mit ganz schlecht meine ich, dass das ganz schlecht ist. Puh, das bleibt mir normal an. So, Kreatur ist von den Untoten auferstanden. Oder wie auch immer man das beim Untoten nennt. Oh, hey. Langsam wird's knapp. Jawoll, heilen, heilen, heilen ist gut. Schock, schock, schock. Haha. Mein Verhalten ist schockierend. Haha. Oh, tut ja schon so weh. Sehr schmerzhaft, meine Witze. Mal wieder. Ja, voll. Den Rest machen wir so. Hoffe ich mal. Das wird so funktionieren. Bitte. Knapp. Gruppenheilung 4 gelernt. Hat sich schon gelohnt. Und Balsam und Balsam und Balsam und Flichwasser. Äh, wo ist da jetzt genau der Unterschied? Gruppe 3. Äh, halt, Moment. Gruppenheilung 3 und wo ist 4? Achtung. 320 bei allen Gefährden. Will hab ich net mal bei, doch. Bei einigen. Bei ein paar. Bei manchen. Möglicherweise, ne? Eventuell vielleicht. So, den hat man schon. Pläde. 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 Hier ist auch nichts mehr am Leben. Da sind noch zwei. Jaja, die kämpfen wir mal. Ja, die kämpfen wir mal. Ja, die kämpfen wir mal.